Hallo YouTube und willkommen zurück zu It Takes Two. Wir sind unter dem Bett und was ist das da hinten? Was ist das? Da, da ganz hinten am Horizont, da ist wie so ein Wasserfall. Und was ist das? Ah, das ist so ein... Ah, okay, da kommen wir her. Ich komm so mal da raus. Da kommen wir her? Oh, ähm... Ich hab mich versteckt. Ach Mist, du siehst mich. Ich seh das. So viel ist nicht mit Verstecken. Ist hier alles so unter dem Bett rumkullert, das ist schon... Haufen Socken. Ein angebissener Apfel. Bäh, da schuppert's mich. Wo ist das hier hinten? Ihhh, ein Pflaster! Guck mal, okay, das ist eklig irgendwie. Wo? Was ist denn das? Ich bin traurig, dass ich meine Zauber-Superkraft nicht mehr habe. Ja, ich hab meine Schuhe auch nicht mehr. Wir kriegen aber bestimmt neue Kräfte. Äh, Susi, du musst dich hier reinsetzen. Warte, hier ist ein Minispiel! Let's do it, Cody! Lass mal los, ich will... Hier ist ein Minispiel. Ja, ich... Nee, ich glaub, da setz ich mich nicht rein. Okay, Rodeo. Oh! Bleibe möglichst lang auf dem Bullen. Ja. Okay. Wir stehen ja drauf. Ja. Das wird jetzt lustig. Oh! Oh Gott, ich hab einen Xbox-Controller. Ich weiß doch nicht, wo A und B ist. Oh. Oh. Oh, falsch. Verdammt. Bingo! Come on! Yee-haw! Where's my Cowboy? Simple! I am a Winner. Ja! I'm a Winner, Winner so much! Ich will das nochmal machen! Okay. Milo, leg dich bitte hin jetzt. Schatzi, wartet mal ganz kurz YouTube. Milo, leg dich bitte hin. Ich hab kein Leckerli mehr jetzt für dich. Das früh am Morgen hinlegen. Los! Milo steht vor mir, guck mich an. Nothing to it! Warum war das so spät? Irgendwie weiß ich nicht so richtig, wann ich drücken muss. Bin grad hochkonzentriert. Kann nicht reden. Oh, falsch. Ah! Oh, nein. Oh, ich bin halt so doof, ne? Oh! Ich hab gefühlt dreimal bei BX gedrückt. Egal. Ich glaub, das zählt nach einer bestimmten Zeit, wer sich halt am meisten verdrückt hat dann. Ja. So, möchtest du dich in das Auto setzen? Ich kann rufen. Okay. Warte, das ist bestimmt zu weit. Du darfst mich nicht so weit ziehen, sonst fliege ich doch über den Reifen. Du darfst mich nicht so weit ziehen, sonst fliege ich dich in das Auto zu ziehen, sonst fliege ich dich in das Auto zu ziehen. Ja! 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 Wow, ich erkundere ja trotzdem! Okay, das ist ja doof. Gut, aber, äh, wir haben, ich hab ne, ne Trophäe erreicht. Die Knall hat den Schraufgänger. Wartet mal, ich muss die mal kurz wegdrücken. Okay, jetzt ist sie weg. So. So, sie malt da oben immer noch. Oh, äh, du kannst jetzt hier rüber gehen. Okay, warte. Ich hab die Steine hochgeholt. So? Da, ah, da. So, warte. Ah, okay, jetzt ist hier bei mir was. Okay, warte, 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 warte. Ich bleib mal stehen. Ah, okay, warte. Ich hab hier so Dinger, da muss ich drauf. Okay. Okay. Das muss jetzt, das muss jetzt schnell gehen, glaube ich. So, warte. Eins, drauf. Ja. Und, warte, Sprung. Ah, ja, warte. Okay. Okay, nochmal. Man, no fun! So. Okay, ready? Am besten du sagst, wann ich springen soll. Eins, zwei, jetzt. Oh, oh, das war knapp. Oh, mein Gott, ich hab auch noch vier. Eins, zwei, jetzt. Sehr gut. So, jetzt hab ich die vier für dich irgendwo. Ja, warte. So, hier ist die sechs. Ja, das ist, wie schön ist das, bitte. Nee. Ist das ein Mauseloch? Oder was soll das so sein? Ich bewundere gerade hier noch die Aussicht. Es ist voll schön. Da oben ist ja der Elefant, ne? Ja. Ja, ist wieder so ein Pflaster. Ist noch mehr Pflaster. Das ist ein bisschen... Oh Gott. Okay, warte, bringt das was, wenn wir... Können wir das hier reinmachen? Gibt das irgendwas? Nee, nee, ne? Okay, warte. Oh! Ich spring einfach irgendwie. Oh Gott, ich bin ungefahren. Nein, 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 ich wollte nicht hier drauf. Oh Gott, ich... Ah! Was ist bei... Oh, ist das dein Ernst? Kommt dann auch irgendwann... Ja, ja, ich gucke mich hier um. Ey, das gibt's doch nicht... Was? Geh ich halt hier drüben lang. Ey, Moment, ich hoffe, das Ding springt. Fängt es an sich zu drehen. Das kann doch nicht der Herz sein jetzt hier. Mann. Okay. Ja, also hier. Jetzt kannst du da über das Gleis fahren. Ähm. Okay, du musst bestimmt dann unterwegs noch andere drücken. Ja, da musst du mir das ansagen. Was haben wir? Schwein? Schwein, Maus, Bär und Pferd. Okay, Schwein, Maus, Bär und Pferd. Maus, 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 Maus! Ah, äh, Pferd? Maus, 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 Maus! Nein, 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 rüber! Oh Gott. Äh, Schwein! Äh, Schwein, äh! Ja! Nein! Nein! Ey, das ist gar nicht so leicht. Okay. Was war das erste jetzt? B... Äh, Maus, 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 Maus. Pferd? Pferd. Maus. Schwein. Bär. Okay, dann musst du jetzt... Okay, wir haben Frosch, Möwe, Schaf und Hund. Okay. Ja. Oh Gott. Hund. Löwe. Schaf. Frosch. Löwe. Cool. Okay. So, jetzt hab ich hier ne Kuh. Ja, ja, die musst du holen. Aber ich hab nur ne Kuh. Ach so. Ja, alles gut. Das ist nur so ne Kutsch. Okay. Das ging ja erstaunlich gut. Oh, weißt du, an welches Spiel mich das erinnert? Es gibt doch so ein Spiel, da musst du so... Oh, warte, ich hör ne Rassel. Ich hör ne Rassel. Susi, so wie bei Reddits. Ich hör was klippern, ich hör was klippern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yep. Remember who heard last time we played basketball? Well, this isn't basketball. It's snakeball. Looks a lot easier. Okay. Swish! Oh. Boah, ach, zu weit. Da gewinnst du easy. Oh, die Bewegung. Bist du normal? Cool. Nee. Oder? Bist du normal? Nö. Am lustigsten finde ich immer noch, hau den Cody. Ja. Das ist das Erste. Das war so gut. Ja. Nein. Ich sehe halt nichts. Ah! Warum komme ich denn immer nicht dort oben drauf? Auch nicht. Nein, wieso bin ich jetzt wieder ganz unten? Jetzt. Oh. Warte, erst mal zentrieren hier. Ich bin da drauf. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich bin oben. Oh, ich habe einen Grafik-Bug. Oh, Mann. Aber ist nicht so schlimm. Er ist nicht in... nicht im akuten Sichtfeld. Mann. Okay. Oh, ich sitze. I'm hanging. Oh. Äh. Oh. Ah. Okay, wir standen zufällig richtig. Zwölf. Warte, fünf und sieben. Fünf und sieben. Was? Drei, sieben. Sieben und sechs. Sieben und sechs. Eine rechnet. Ich laufe einfach nur. Okay. Memory. Memory. Memory Game. Not my strong suit. Da bin ich gut. Ich fahm oben an. Banane. Orange. Okay, mach mal Reihe für Reihe. Aubergine. Hier, Banane. Ja, warte. Banane. Okay, nächstes. Hier war die Aubergine. Nächste. Ich habe Kirsche. Ja, warte, die war hier. Und ich habe hier daneben war die Erdbeere. Birne hatten wir noch nicht. Die Orange ist hier unten. Okay, ich mache die Birne. Okay, dann haben wir hier noch die Aubergine. Oh, ich kann das machen. Oh Gott. Oh, ich kann das machen. Oh, ich kann das machen. Muss ich was drücken? Ich muss, glaube ich, die mit dem Cursor malen. Mit mir. Und du? Musst du auch steuern? Ja, ja. Was denn? Ich mache noch rechts. Die Zehnte, aber die ist oben. Oh. Nein, da haben wir die. Was? Hey. Ich arbeite komplett hier manchmal dagegen. Warte. Oh, no. This is embarrassing. Ist jetzt. Ja, aber ich lenke doch einfach nur zu den Zahlen. Ja, dann lenk halt. Lenk du einfach mal. Das geht halt. Wir müssen halt beide. Ah, ich kann nur hoch und runter. Und du kannst nur zur Seite. Ah. Okay. 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 Ich muss erstmal absetzen kurz den Stift. Rechts. Nee, da waren wir doch 18. Wo? Sie sind hier sonst hoch. Ja, eine superschöne Katze. Haben wir super gemalt, oder? Boah. Vorher haben sich die Gealen gekracht. Jetzt wollen wir nicht mehr. Nee, wir sind woanders. Oh. Wir sind in einem Katzenspielzeug. Ach, du Kacke. Hier hat er. Was ist das hier? Jetzt ist die Maus losgelaufen. Wir müssen den Käse hier vorrollen. Ja. Dann geht er bestimmt hier vor. Und dann müssen wir den auf die Plattform, dass die Maus hier ihren Käse bekommt. Ach du Kacke. Ich bin in sowas nicht gut. Okay, was steuerst du? Weiß ich nicht. Ah, warte. Wir müssen zusammen. Okay, wir müssen. Ah. Okay. Okay, warte. Mitte. Schon mal ein bisschen nach da. Warte, erstmal hier rüber, dass der Ball ruhig ist. Und jetzt hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Zu mir, zu mir, zu mir. Ja. So, jetzt können wir erstmal hier runter. Hier kann eigentlich nichts mehr passieren. Oh. Okay. Ach du. Heiliger. Wie sollen wir das denn? Ich hab voll die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wie wir das hier hinkriegen sollen. Immer mit der Ruhe. Also. Minimal so. Am besten schräg, oder? Ah. Okay, warte. Jetzt können wir hier erstmal... Na. Ich bin immer dafür, den Ball erstmal ein bisschen anzuhalten. Ja, der kann ja erstmal hier unten in die Ecke. So. Dann kann er hier... Warte, warte. Nee, nee, nee. Okay, so. Jetzt kann er rein theoretisch hier runter. Wieder schräg. Hier. Oh, wo ist denn hin? Wieso geht der nicht bis ran ans Holz? Ich weiß es nicht. Egal. Wenn er hier gerade runterrollt, ist ja auch egal. Okay. Äh. Einer müsste oben bei der Maus noch das Ding runter machen. Das ist... Oder? Das müssen wir runter machen. Nee. Ah, nee, warte. Vergiss das. Warte. So, und jetzt? Wieso geht denn der Ball jetzt hier nicht? Nee. Aha. Okay, oder? Ist das... Ist er drin? Ja, okay. So. Zu? So. Okay. Ah, jetzt da. Die arme Maus, ey. Die kommt nicht an den Käse. Oh! Äh, warum ist die... Wir müssen zusammenspringen. Also, du musst immer eins hinter mir sein. Bäh! 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 Ah, dann geht's langsam zurück. Warte. Ja, aber... Was schaffen wir denn nicht? Warte, einer muss... Wo müssen wir denn überhaupt hin? Einer... Ich halt mal fest und du gehst mal gucken da hinten, ob wir da irgendwo lang kommen. Kannst du... Kannst du irgendwie links-rechts springen? Ah, ja. Links-rechts springen müssen wir. Okay. So. Warte. Wo schaffst du es, wenn du loslässt? Nee, nee. Ich glaube, wir müssen... Gucken mal, ob du oben noch irgendwo einen Hebel hast, dass du... Naja, ich kann dort oben dann mich ranseilen. Ja, mach einfach erst mal. Lass uns erst mal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Seil dich mal ran. Weil da oben ist doch noch ein Hebel. Guck mal. Der macht das Tor auf, glaube ich. Oder was macht der? Der hat nur Strom gemacht. Kannst du den jetzt wieder loslassen? Dann geht der Hebel wieder zurück. Okay, warte. Ah, du musst drüben. Drüben ist noch ein anderer Hebel. Wir müssen doch beide gemeinsam... Also wir müssen den Hebel drehen und dann losrennen. Ja, aber das schaffen wir doch nicht zusammen. Ach. Äh! Nee, das schaffen wir nicht. Wenn du nicht... Das ist... Die Ritze ist zu groß. Ich schaff's... Ich schaff das nicht. Okay. Oh, das war knapp. Okay. Uh! Ich mach Strom und du machst das... Ja. Oh, Junge. Hol mein Finger. Zieh mein Finger. Müssen wir hier rechnen? Nee. Oh, das ist ein Pups-Kissen. Ah, wir müssen erst Luft reinmachen. Was ist das? Warte mal, das Pups da. Das Pups da. Ja, warum geht die Luft direkt wieder hoch? Und da oben ist der Finger. Ah, warte mal. Mach mal Luft rein. Nein. So. Wie kommen wir jetzt da... Okay, ich muss, glaube ich, springen, oder? Warte, warte, warte. Du musst auf das Pups-Kissen da vorne springen. Wenn ich das hoch mache, dann fliegst du da ran, oder? Aber wenn ich jetzt hier loslasse, geht der Haken. Wieder weg. Äh. So, und jetzt? Musst du wahrscheinlich da rüber. Guck mal. Ja, guck mal, du musst da rüber. Sehr gut. Okay, welchen Schlauch brauchst du zuerst? Grün. Den blauen. Ja, genau. Also grün, ja, was auch immer. Okay. Okay. Das wird jetzt natürlich, ich weiß nicht, ich muss einmal springen mal. Ich muss mal gucken, wie lange du brauchst, bis der, bis das, also bis das Ding hier ist. Okay. Okay, warte, das war, das war doof. Kannst du nochmal grünen, bitte? So, okay. Ich spring mal. Na, scheiße, du musst halt vorher schon... Ja, ja, ich muss vorher dich einfach drauf... Kannst du dich nicht einfach... Nein, dann geht ja oben dieses Ding-Sie wieder zurück. Diese Haken. Naja, aber so schnell... Naja. So. So, spring mal. Nein. Ah. Ich hab doof losgelassen. Okay. Das nachfolgende Programm vor ca. Kannst du dich um ein paar Minuten. Ja. So, warte, ich springe am besten und dann, wenn ich springe... Nein, 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 nein! Ah! Ich dachte, du springst. Nein, ich bin nicht... Nein, ich bin auch auf das andere rüber. Okay, komm bitte nochmal auf. Ich hab gedacht, du springst! Du hast doch gerade gesagt, du sagst... Ja, aber in dem Moment dachte ich, du springen! Okay. So, warte. Das Ding ist, ich muss halt auch nach vorne. So, warte. Okay. Boah, das ist halt dieses Schwingen. Ich muss ja auch in die richtige Richtung. So. Okay, spring! Ich bin hier, hier gelandet. Aber so schnell dreht sich der Dings nicht zurück. Ja, aber ich flieg ja nicht hoch. Ja, du musst halt einfach schon ein bisschen eher auf den anderen Pupsi. Okay, warte. Okay. Wenn du vorne bist, springe ich. Oh, jetzt hast du dich losgelassen. Ja, warte. Wann soll ich jetzt loslassen? Ich hüpfe einfach... Ich hüpfe... Also, du lässt einfach los und ich springe. So. Du lässt einfach los, gehst auf den anderen Pupsi und dann springe ich. Sobald du loslässt. Sag es ihm so einfach. Jetzt. Gott, war das jetzt eine schwere Geburt. Mein Gott. Ey, das ist aber gar nicht so leicht. Ein Bällebadwasserfall. Ein Ballfall. Ein Ballfall. Das ist kein Wasser. Das ist kein Wasser. Oh, guck mal! Der kann schwer. Öb. 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 Okay, warte. Hier ist auch noch ein Rädchen. Ah. Du trägst das Wasser damit quasi ab. Also die Bälle. Ein Burger! Und? Äh. Guck mal! Ähm. Was denn? Oh. Ich stehe eventuell in der Gießkahn? Okay. Äh. Okay, ich guck wieder raus. Ja. Oh. Ich hab hoch und runter. Ich hab das schon als Kind nicht. Warte, ich will das noch wieder zusammen. So. So. It's so beautiful. Wunderschön. 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 Ne, sind wir hierher gekommen? Ne, von da sind wir gekommen. Wow. Was ist ein sinnloser Tod? Oh. Ist das ein? Ja. Okay, komm. Trau dich. Jetzt geh doch mal hier drauf. Toll, ich steil's auch noch drauf. Oh. Was ist ein Kind? Keine Frage. Schau. Bissus. Dieses Mal. Kuh mal. wenn wir das in der richtigen so ja okay guck mal der esel und der ne der esel und der hase genau die schildkröne und der hase rotkäppchen und der böse wahl schläger schwingen ok was muss ich drücken ich habe am anfang a gedrückt wieso kommt jetzt in die andere richtung ich treffe nicht der ist immer so ist lahm nein ja das irritiert das spiel das am ende noch gut aufgeholt ja ich hatte den lauf aber irgendwie ich hab den immer so leicht verfehlt den ball und dann habe ich halt den schlag nicht bekommen die müssten glaube ich fliegen weil aber das machen wir in der nächsten folge oh stimmt oh gott die zeit die rast in bei diesem spiel ja definitiv ja genau also in der nächsten folge fliegen wir wahrscheinlich hier über das meer und guck mal wo wir landen ja vielleicht schaffen wir es ja zum elefanten mal gucken wie we see also macht's gut youtube bis zur nächsten folge schön dass ihr eingeschaltet habt bleibt gesund tschüss es ja und Untertitelung des ZDF, 2020